Test 12 hört man mich jetzt wird es leise, egal dass ich ein bisschen Follscreen noch aufnehmen kann ok, kein lag, das ist natürlich geil wir sollten mal eins mit Spielern nehmen damit man mehr Leute hat und das Ding hier gefordert ist und schauen wir mal, wie die Qualität aussehen wird naja, leckt ein bisschen, aber es geht noch nicht so schlimm wie bei Ocam naja, grenzwertig jetzt bin ich gar nicht zum Schießen gekommen Wahnsinn naja, wenn du lagst, hast du weniger Chancen kommst nicht klar shit gut nicht gut nicht 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 nichts glänzt Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mich wohl verguckt. Game over. Stop.